hallo liebe minecraft freunde von nah und fern und willkommen bei einer neuen aufnahme season hier mit mir den water cave crafter hallo freunde ich bin bisschen hier aus der puste das merkt ihr sicherlich ne leute es ist schon wieder so viel passiert es ist so viel passiert und ihr könnt euch wirklich richtig freuen weil diese aufnahme season die wird richtig geil das kann ich jetzt schon sagen weil es gibt richtig viel was ich euch jetzt gleich zeigen kann wir machen jetzt zu beginn nämlich gleich mal ein let's show ich habe in der letzten folge das war die folge 219 müsste es gewesen sein jetzt sind wir ja 220 ja angekündigt dass ich ein bisschen arbeiten tue immer so hin so immer abends mal ein halbes stündchen stündchen um mal so ein bisschen wieder zeit aufzuholen na die geschichte mit der leuchtenden schlucht und so und ich war fleißig gewesen immer schön abends da habe ich immer schon mal angesetzt habt ja noch gemacht alles auf den stick raufgepackt und siehe da ich habe ein bisschen was geschafft und das möchte ich euch nämlich zeigen weil wir machen heute direkt darauf aufbauen und ja fangen den nächsten district heute an und das wird richtig cool und ich habe jetzt sogar ein kleines bisschen zeit für zwei drei vier vielleicht sogar fünf folgen weiß ich nicht so genau weil ich bin heute extrem früh hier in der butze gewesen freund ich wollte schon um sieben uhr um sieben uhr war ich hier einfach mit dem mit dem grund weil ich habe heute schon wieder schrank geliefert bekommen heute kam schon wieder hermes an hat schrank geliefert ein zeitbord nicht ein zeitbord sondern ein zeitbord ein richtig cooles in hervetia india und wollte ich unbedingt haben schief an ja wieder somit schief an so geiler look und ja geil kam so gerade an und aus dem grund machen wir natürlich sofort neue aufnahme season weil wir haben auch keine zeit wir haben auch keine folgen mehr deswegen ich muss jetzt hier was machen ich freue mich riesig so ich gucke mal kurz ob auch alles wirklich richtig läuft hier nicht dass ich hier erzähle und es läuft gar nichts okay mikrofon ist an sich ja wir haben sogar facecam hallo ja ist auch an ist ja hoffentlich so und freunde wir haben heute bilder ich kann euch heute bilder zeigen ja das machen wir nämlich auch noch also es wird eine richtig coole aufnahme season ich freue mich riesig drauf und sage natürlich auch erst mal dankeschön an die neuen zuschauer an die kommentare und ich grüße wie immer alle die typischen verdächtigen ich glaube ich brauche sie alle nicht zu nennen der drachen der bogenkrieger der knorrhahn ja der dave vielleicht der mario und 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 wie sie alle heißen ja vielleicht auch der tom der westgarten der ist vielleicht auch noch mit am start man weiß es nicht und 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 also die typischen verdächtigen so freunde also erst mal wie sieht der bestand aus der sieht so aus also ihr seht schon glas ist wieder ganz schön viel hergestellt worden hier oben das mit dem sand ist schon ganz schön abgenommen ja hier auch nichts mehr drin und hier oben seht ihr nanu da ist ja schon ein bisschen was an fechte dazu gekommen richtig ich war dreimal auf tour gewesen und habe ein bisschen was geholt hier ist jetzt soweit leer also ihr seht ich habe ja alles richtig schön brav durchgeschmolzen so wie es sein soll jetzt gehen wir mal hier raus begrüßen mal den tag und das schaffen war weil ich will euch jetzt natürlich zeigen was wir gemacht haben also freunde es gibt jetzt let's show es let's show time so ich freue mich riesig i'm so happy so unser weg freunde schaut mal hier seht ihr schon die erste veränderung wir haben jetzt hier so eine zäune gemacht wir hatten noch zäune wir hatten nicht von einer sorte so ein bisschen gemischt finde ich aber erstmal gar nicht schlimm deswegen entsteht ein schwein und hier haben wir jetzt erstmal da ein zaun und da ein zaun und somit ist ist so ein bisschen ihr seht schon so ein bisschen einfach stimmiger ne es passt sich hier so ein bisschen hier oben so an guck mal hier haben wir auch ein zaun ne hier ist ein zaun und da ist so ein zaun immer mal so fleckenmäßig überall so ein zaun und ich finde das ist einfach eine gute idee und dann kann man hier so runter laufen das ist so ein bisschen so bewachsen schon und das ist so ja das ist so schon mal nicht schlecht so und dann seht ihr auch hier was hier schon passiert ist okay da sind ein paar bäume gewachsen wie gesagt fichte schwarzeiche fichte und da hinten ist irgendwo eine eiche und hier natürlich ein bisschen terraforming und auch dieses terraforming hier habe ich genauso gemacht wie hier oben in diesem bereich neben man it arms seine werkstatt übrigens was denn da mit dem talon fighter los talon fighter ich sage immer talon eigentlich heißt es auf englisch talon fighter aber ich sage immer talon fighter so eingedeutscht so ja genau also hier habe ich so diese blümchen und gräser und alles so hier so hingemacht hier mal so ein bisschen so ein steinhügel so einfach mal so versetzt und so dass es ein bisschen so sich anpasst an die landschaft so die wir da oben neben der werkstatt gebaut haben so und jetzt geht hier dieser abzweck das finde ich übrigens richtig cool dass man so lang läuft und dann so scharfe kurve hier kommen wir ja rüber so in den anderen bereich und jetzt geht es dann hier halt so in diesem in diesen bereich hier rein so guck mal hier richtig krass gewachsen und hier unsere wow freunde wow unsere schlucht ist da wow der graben ist da und ja ihr seht wie der leuchtet schaut euch an wie der leuchtet also das ist ja mal eine richtige gelbe schwefelsuppe also richtig geil hier habe ich das so gemacht so wie ob das hier so runter fließt das finde ich auch eigentlich eine richtig nice idee ja wenn man jetzt natürlich vom nahen guckt ne so stufen und so ja geht halt nicht anders ja cooler wäre es wie es im bivos tech pack wäre dass es dann halt so flüssig ist und dann läuft das richtig hier so runter aber kann man natürlich nicht anders machen aber das siehst du von oben nicht ne von oben siehst du wirklich nur so den kontrast da sieht das so aus so wie ob du ja da runter was fließen hast ne und so jetzt siehst du auch hier hinten ist dieser bereich komplett durch und hier sehen wir können bisschen da so durchgucken in diese modolog höhle da rein ne modolog genau und die ist da unten drin und hier schön getarnt mit diesen ja bäumen mit diesen fichten ne das ist schon so irgendwie so wo es ja noch recht cool ist so jetzt wird es auch dunkel das heißt wir können uns das jetzt gleich sogar noch im dunklen angucken vorher mache ich aber noch kurzen abstecher zu der seite hier weil da seht ihr hier hört das jetzt auf und auch hier kann man durchgucken also das auch das ist ganz cool gemacht da unten bewegt sich sogar noch was warum bewegt sich denn da was weil da wasser war freunde da war wasser schon mal wenn ich sie so durchguckst sieht es schon fast auch so wie bei swampland da wo du so auch so ein ja so ein bisschen so komisches hast ne so genau so was haben wir hier da geht die sonne unter hier haben wir höhle des modolog ja die ist nämlich hier unten drin hängt der bursche der doppelköpfige rote typ da ne so 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 der hat dann da unten hat seine höhle naja brauche ich euch nicht zeigen kennt ihr schon ne ich habe es jetzt halt nur hier so den eingang neu gemacht mit diesem schild so nach dem motto achtung hier ist modolog hier ne da musst du aufpassen und ist ja auch der vorreiter ne von der wilden horde oder der bösen horde oder der horde wie auch immer die da heißen mag mag so freuen uns jetzt hier guck 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 wie das leuchtet guck wie das leuchtet wie das leuchtet freunde das leuchtet richtig ich krieg ja gleich richtig ein mir geht gleich richtig einer steil hier guckt euch das mal an hier ist das ein geiler effekt ist das geil oder ist das geil freunde das ist so geil wie das aussieht wenn die so guckst ich feier das so ich feier das richtig guck dir das mal an ich finde das so geil ich finde also das ist so minecraft so einer mit der schönsten dinge die man bauen kann so eine ja so eine leuchtende ravine gerade so wenn man so spooky horrormäßig unterwegs ist halloween oder so oder jetzt so was hier für masters of the universe finde ich richtig cool und ich zeige euch nachher das foto das original foto wie das normalerweise aussieht auch bei den spielzeugen beziehungsweise aus der comicserie wie das da gelöst worden ist mit denen mit der leuchtenden schlucht gut die fackeln da die nehmen wir natürlich noch weg da werden wir eine andere lichtquelle benutzen später wahrscheinlich frog lights oder so hoch was war das denn geht schon los das war ein creeper der hat doch gerade was kaputt gemacht gut dann gehen wir mal erstmal schlafen bevor der uns hier noch mehr was kaputt macht hier habe ich mich gar nicht zwischen hören ich habe schon wieder kein headset auf aber ist egal die sachen können wir wieder reparieren fixen solange wieder da kein glas kaputt macht ist das alles in ordnung so er kommt eine spinni an ich sollte das mal hier protecten aber das geht leider nicht wir spielen halt im survival und da gibt es halt monster das ist halt so das ist normal also das heißt die können uns auch was kaputt machen ärgere ich mich jetzt schon wieder fast ein bisschen weil jetzt kribbelt in den fingern so sich kreativ richtig auszutoben und wirklich im creative ohne monster und dann halt so ja richtig bauen 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 gibt es das so weißt du aber gut wir haben uns entschieden survival zu machen wie immer und ja deswegen müssen wir das halt im survival machen so hier ist kein problem hier habe ich was weggefetzt aber fällt kaum auf jetzt müssen wir kurz gucken da hinten ist ein kleiner schaden entstanden aber den kriegen wir glaube ich relativ schnell wieder gefixt der inner man tut uns nix und ja da müssen wir halt besser ausleuchten so aber ist nicht schlimm wie gesagt das können wir alles fixen das ist alles nicht so dramatisch ja das ist hauptsächlich hier kummer dass er noch nicht mal glas kaputt gegangen das ist einfach nur ein bisschen erde was der hier weggenommen hat und das können wir hier ganz schnell wieder neu hier hin bauen bauen so guck mal sagt und dann haben wir auch schon ne hier machen wir dann ein bisschen wiese hin oder so noch ein paar büsche oder so sowas hier und dann haben wir das schon wieder angepasst also alles kein problem ja geil 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 oder so jetzt wollen wir wissen was hast du noch gemacht ja freunde zeige ich euch natürlich was ich noch gemacht habe also erst mal hier diese bäume noch gepflanzt ne das kann man jetzt hier prima erkennen moment mal kurz ein fisch essen so aufpassen dass hier nicht schon wieder irgendwie was explodiert da oben der talent fighter weiß so hier auch ein bisschen bambus und so ne dass so ein bisschen abwechslung ist hier dann natürlich mit diesem boden hier der automatisch entsteht bei den vierer oder bei den großen fichten ne und ja jetzt haben wir hier auch wirklich so richtig schön so eine grenze gezogen ne also ihr seht das schon hier habe ich so ein bisschen nachgeholfen habe ich so ein bisschen selber designt überall auch hier diese dinger dahin diese plöpel ne so dass man hier wirklich auch so in den fluss zum beispiel den habe ich künstlich angelegt vorher hatten wir den fluss da hat hier unten so ein bisschen rum gebuckelt weil ich gesagt kommt wir machen jetzt mal so ein richtig grasen so ein kanal am liebsten hätte ich das natürlich auch in gelb ne dass das so richtig so leuchtet und dann hier so rein fließt aber das geht halt in minecraft nicht als wäre natürlich richtig geil wenn jetzt hier so die suppe dann so ein farbverlauf hätte und dann so richtig dann da rein ne das wäre richtig geil genau so sieht das ganze dann von hier aus also wir sehen schon das ist schon so eine abgesteckte grenze aber eine natürliche weil wir haben sehr viel naturmaterialien verwendet was ich gut finde wenn man dann hier also rumhüppelt ne und dann siehst du auch du kommst dann hier direkt wenn angenommen du kommst jetzt hier mit dem boot an und dann bist du auch schon hier bei der schlucht und ja höhle des motorlock halt ne und hier in die richtung geht es ja dann weiter zu unserer spinnen farm und alles was dann auch so kommen soll genau also alles ein bisschen angepasst irgendwie an so das design was wir so von oben her haben ne so in diesem bereich also das wollte ich mir beibehalten dass auf der einen seite das halt so ja möglichst gleich aussieht wie da und auf der anderen seite nämlich hier also alles was jetzt auf der seite von der schlucht ist hallo emma emma ist auch ganz begeistert was auf der seite der schlucht ist das zeige ich euch nämlich auch das habe ich ja hier so abgegrenzt ihr seht das ist so eine richtig wie so eine kleine grenze der naturgrenze aus den fichten hier unten habe ich so ein bisschen beleuchtet dass es im dunklen auch cool aussieht und ja und jetzt sehen wir schon was hier passiert ist weil hier ist ja schon wieder eine ravine richtig und die ist die zweite gewesen und auch die habe ich fertig und bitteschön da unten ist die höhle und da sieht man die motor lock höhle die sich auf der anderen seite wo man durchgucken kann kann man auch hier durchgucken nur dass das ganze hier so ein bisschen tiefer ist deswegen sieht es ein bisschen komisch aus hier das ist ein bisschen tiefer freuen die war zwei drei blöcke tiefer deswegen ist der effekt ein bisschen anders als hier drüben bei der schlucht ne hier da sieht man es ein bisschen anders aber es ist nicht schlimm die hängen beide zusammen ne also da habe ich extra darauf geachtet das war gar nicht einfach gewesen freunde ich habe mich auch ein paar mal verbaut gebe ich offen und ehrlich zu aber ich habe es hinbekommen vor allem die größten schwierigkeiten hatte ich hier so am rand ja weil hier so unterschiedliche höhen gehabt und ich wollte nicht alles auf einer ebene ich wollte es möglichst so an die umgebung anpassen und deswegen habe ich diesen effekt auch so gebaut dass es so ist so wie ob das hier so runter fließt wie immer in der nähe sieht scheiße aus wenn du von weiten weg guckst sieht aber richtig cool aus und dann sieht man auch schon da unten da haben jetzt zum beispiel die tiefe wieder gefehlt da siehst du nämlich die einzelnen fackeln ja also es ist halt zwei möglichkeiten du kannst alles auf einer ebene machen so wie in so einer planes oder so und dann machst du das alles auf einer tiefe dann sieht alles gleichmäßig aus sowie irgendwie hingeklatscht oder aber du ja das ist halt der nachteil du hast halt verschiedene höhen höhen und dann passiert dann halt sowas jetzt hätte sie theoretisch hier weiter runter gehen müssen so dass du die fackeln nicht siehst es sind diese zwei blöcke die hier vorne zu hoch sind wie willst du das machen dann hätte ich das ja alles hier wegnehmen müssen und das wäre blöd dann passt du das ja nicht mehr an deswegen wir werden hier vielleicht mit deko köpfe arbeiten oder so mal schauen dass wir da so für eine idee haben auf jeden fall ist es cool er sieht dann auch nachts richtig geil aus hat mir angeguckt und hier oben hört überraschenderweise übrigens auch auf also da dachte ich ja dass das hier noch so weiter geht aber die ist gar nicht so lang gucken mal die ist ja die fängt hier an geht dann hier so rum so und dann endet die da vorne und mit der höhle ist die dann verbunden auf der seite und mehr ist hier gar nicht ich dachte das wäre viel größer aber das ist ihr werdet lachen das sind ja weniger stacks die ich verbraucht habe als für die da drüben also das ist so kann man sich optisch täuschen aber ist cool wir fallen jetzt hier nirgendwo mehr rein wir haben jetzt hier so eine richtig geile leuchtende schlucht die miteinander verbunden ist finde ich richtig cool und als deko genauso wie was haben wollten diese ganzen fichten dingsbummens hier so was wir da aufgebaut haben so was sonst noch passiert ja ansonsten erstmal nicht viel außer dass ich hier ein paar bäume weggenommen habe das seht ihr hier also ich habe hier ein paar bäume als hingebaut das sind jetzt so die typischen fichten halt hier ist noch die die eine akazie habe ich gelassen die fand ich irgendwie ganz hübsch die habe ich da so eingebaut und da wo emma steht habe ich halt also hier sieht man wo ich gefarmt habe ich habe dann einfach hier immer wieder vierer bäume gemacht dann abgeholzt und die saplings mitgenommen und ja somit ist es dann passiert den habe ich stehen lassen bei den finde ich wirklich richtig nice der ist richtig cool gewachsen irgendwie also richtig toll der passt da auch richtig gut rein und hier vorne habe ich halt auch so ein bisschen schon mal hier so das ganze wiese abgemäht und hier halt so ein bisschen begradigt so wo man so sieht hier so diese diese grenzen hätten wir diesen komischen sandhügel gehabt da wo jetzt die hier diese dingsbums ist ja diese schildkröte auch da habe ich das mal weggenommen dann war sandstein und sand noch mal dazu gewonnen sodass wie diese bäume sind dazu gekommen hier diese baumreihe ich erkläre euch auch warum ich die dahin gebaut habe hier seht ihr schon hier habe ich hier war das gewesen kann man gut erkennen hier waren dieser ganze sandstein gewesen dieser berg hier den habe ich abgetragen komplett und habe hier auch noch mal so ein bisschen frei gemacht auch das hat natürlich einen grund warum ich das getan habe so hier geht es dann jetzt weiter mit dieser geschichte mit diesen bäumen habe ich euch schon gesagt also ich habe die sehr sehr dicht gepflanzt es war auch absichtlich warum ich die dicht gepflanzt habe weil einmal wollte ich da drüben die sicht zu dem jungle ein bisschen verdecken retuschieren und vor allen dingen will ich hier auch noch mal ein paar bäume bauen so dass dann auch das wasser hier verschwindet guck mal hier hier der wächst noch ja also das war gar nicht gewachsen hier kann man mal eine fackel hin machen dann geht es ein bisschen schneller kann auch nachts wachsen so und hier habe ich im wasser so gemacht ist auch cool also das auch geil gewachsen und hier drüben so in diesem bereich ja da müssen wir mal gucken was war hier so machen deswegen ist ja noch ja die wiese komplett vorhanden ja also ihr seht schon wir haben jetzt hier einen ziemlich großen bereich abgesteckt wo keine bäume sind wo nur so ein bisschen wiese ist ein paar hühner rennen hier rum und ansonsten ist ja doch jetzt hier recht viel platz da hinten können wir unseren shop sehen unser shopping district wo wir damit der villager traden können und hier ist auch noch viel platz genauso wie hier so und das hat einen grund warum ich das getan habe das habe ich ja nicht ohne grund gemacht weil das wird eine mega aufgabe jetzt für 2024 wir fangen heute aber damit an ja das habe ich das hier zum beispiel das habe ich auch extra so gelassen weil hier bauen wir was hin so und jetzt wollte natürlich auch wissen was war wo bauen und das zeige ich euch jetzt also erstmal stelle ich mich hier mal kurz irgendwo hin so dass wir das mal so möglich von der perspektive ich werde mal gucken ob ich mich hochstecken kann ja mache ich einfach mal so kann man das so gut erkennen ja ich werde mich mal hier so in die mitte hochstecken so genau dann haben wir mal so einen kleinen überblick was ich da meine ja da haben wir schon also ihr seht schon so ne so hier das ist so recht viel platz und daher das sieht geil aus oder freunde sieht das nicht geil aus ich finde es ja so geil ich finde es ja so geil aber alt im survival gemacht ich finde es so geil ich feier das schon wieder so aber egal darum geht es gar nicht ich will euch nämlich jetzt mal ein bild zeigen das mache ich jetzt mal kurz ich gehe mal kurz in obs rein und jetzt zeige ich euch mal das bild achtung 321 so jetzt haben wir nämlich hier mal ein bild und ihr seht schon da ist der original kartons beziehungsweise zwei kartons und wir haben verschiedene burgen also von den spielzeugen jetzt nichts gemaltes oder so sondern so wie die spielzeuge damals in den 80ern auch verkauft worden sind und ganz oben links sehen wir schon da ist von hordak oder von der horde die fried zone so da mit diesem teil da halt ne auf der rückseite spielt die ganze sache weniger eine rolle weil da war auch jetzt nicht so wie bei castle greyskull oder so dass da so action war oder so ne das war einfach nur so hole in drin ja also das ist so da können wir einiges machen noch wo wir unserer fantasie in freien lauf lassen können diese burg mit diesem komischen vertrockneten baum wo die krähen da oben drauf sitzen krähen haben wir nicht wir haben aber papageien vielleicht können wir die einsetzen und mit diesem ja mit diesem tor wurde jemand eingesperrt ist und nebenan mit dieser drachenhöhle da und unten mit dieser falltür oder was da da ist das wollen wir auf jeden fall nachbauen das heißt dieses teil werden wir auf jeden fall jetzt hier an diese position wo ich frei geräumt habe werden wir das hinsetzen und das geile ist da drunter sehen wir schon fried zone wie die umgebung ist und die umgebung freunde haltet mich nicht für verrückt aber die erinnert mich extrem an nether nether netherrack feuer lava vertrocknete bäume diese roten bäume da ne diese karmesien oder was das ist also da kann man richtig krasse sachen bauen ja also fried zone ist check bauen wir auf jeden fall so jetzt haben wir hier oben noch slime pit das ist es was ich euch in der letzten folge erzählt habe masters of the universe slime pit das ist diese geschichte wo der slime dann da runter kleckert was mattel da rausgerotzt hat so und da ist der karton so sieht das aus hatte ich übrigens als spielzeug nicht gehabt ich bin mir ganz ganz sicher dass ich es nicht gehabt habe die fried zone hatte ich das ding hatte ich aber komischerweise nicht ich weiß gar nicht warum komisch so und so sieht das ding auch da aus da ist dieser schleimloch also pitne loch und auch das ist recht einfach zu bauen also ihr seht in minecraft ist das hier wunderbar umzusetzen das wird noch viel einfacher sein als cast of greyskull und hier dieses bild was ihr hier so seht mit diesem gelb ist übrigens ein original bild aus dem comic das heißt also auch hier diese ravine diese leuchtende schlucht mit diesem gelben ich kann es ich weiß nicht ob ich es größer machen kann warte mal ich guck mal kurz vielleicht kann ich es größer machen ist das möglich ja es ist möglich so jetzt könnt das ein bisschen besser erkennen seht ihr das hier so diese genauso wie hier bei der frei zahn hier das sind genauso die sind zu netherrack halt ne sowas in diese richtung und unten ist dann so diese schlucht ja hier mit so einer kleinen brücke noch haben die da da hinten irgendwie die frei zahn hier der tunische und hier ist ein pit das ist ja also da hier guck dir das mal an ja alles rot und so ne da oben die planeten da und hier schleim und die haben schleimblöcke leute wir haben ganz viele schleimblöcke so und hier machen wir dann ja so sieht das aus hier so eine stufen nach oben machen wir den baum diese werden wir als vorlage nehmen weil das original spielzeug ist und ich sag mal